Drei Gründe, warum du mehr singen solltest. Erstens, immer wenn du singst, geht es dir danach besser. Und das ist keine Vermutung, das haben viele wissenschaftliche Studien belegt. Übrigens auch meine eigene wissenschaftliche Studie. Nach dem Singen geht es dir immer besser, deine Stimmung ist aufgehellt. Zweitens, immer wenn du müde bist, kannst du dich durch Singen energetisieren und deinen Körper wieder aktivieren. Drittens, immer wenn du gestresst bist oder wenn du müde bist, kannst du durch das Singen wieder in deine Mitte kommen. Du kannst wieder andocken bei dir und durch dieses Singen und Innehalten danach wieder gut fokussiert und energetisiert weitermachen. Schreib mir und sag mir, was bei dir passiert, wenn du singst. Und übrigens ganz, ganz wichtig, unabhängig davon, ob du gut oder schlecht deiner Meinung nach singen kannst, passieren immer viele, viele, viele Dinge. Nicht nur diese drei Dinge, sondern viele weitere Effekte entstehen immer, wenn du singst. Also ich wünsche dir beim Singen ganz viel Freude. Schreib mir doch, was du noch so alles beobachtest und vor allem, wo und wann singst du denn? Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Singen und freue mich, wenn wir vielleicht auch mal zusammen singen. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020